Okay, da kann ich keine Ops herbekommen und das kaputt machen, aber wir füllen hier trotzdem auf. Denn wir brauchen nur noch 5.000, nein, knapp 5.000 bis zum nächsten Aufstieg. Hier geht's runter, oder? Da oben ist auch was, wo muss ich jetzt weiter? Ich werde das mal hier, sag mal. Hier unten nachgucken. Das war etwas knapp. Rathos, zieh dich mal hoch. Ja, hier gibt's nur... Ja, ist schon okay. Hier gibt's nur eine Truhe, das aber gut. Sonst hätt ich die übersehen. Gimm' mir dat. Und auf. Jetzt bauen wir erstmal schön zurück. Gott, Gott, Gott. Okay. So, jetzt haben wir das ja in die Ketten. Kann ich ja hier... Wow, weiter gehen. Kann ich jetzt auch kaputt machen? Nee. Ich bin so destruktiv. Ich will alles kaputt machen. Ich dachte, ich könnte ja aus den Steinen auch Ops kloppen, aber nee. War nicht der Fall. Aber hier gibt's ein bisschen was zum Doppeln. Und hier gibt's die nächste... Au. Die nächste Schlägerei, wollte ich sagen. Oh, 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 oh. Der Karl Heinz! Scheiße, Alter. Ich muss die Attacke spammen. Wenn man Energie so low ist. Fuck. Fuck shit, man. Die haben mich voll eingekesselt. Ich hätte keine Chance abzuhauen. Gut. Es gibt den ersten Finisher für dich. Hoffentlich gewinne ich da halt ein bisschen Energie zurück. Hä, mit dem Auge. Haha. Ja, ein bisschen Energie. Zwar nicht so viel, wie ich mir erhofft hätte. Kommt so ein paar Statt wieder. Scheiße, ich bin gleich tot. Grathos, hau ab! Alter! Komm schon! Oh, war das knapp! Alter! Ah, den hab ich jetzt nicht mit dem schönen Finisher beenden können, aber der ist so zugrunde gegangen. So, wolltest du mich attackieren, Rapsack. Alter, war das knapp. Kommt noch einer. Dem werde ich gleich das Fliegen beibringen. Na komm, fliegen wir ne Runde. Haha! Hahaha! Das macht auch Spaß. Habe ich den geklatscht und dann habe ich den gedreht. Schon wieder so ein Klotz. Scheiße, kommt da der nächste! Au! Au! Rathos weiß ich auch aus, Mensch! Fuck, ey! Ich komm hier gar nicht weg. Dieser kleine Wapsack nervt, ey! Au! Ich stelle mich aber gerade auch blöd an. Na komm schon! Gib ihm ein Finisherchen. Zack! Und gute Nacht! Guck mal, ich darf sie nie aus der Kumpel rausschlagen, aber sie dürfen mich rausschlagen. Das ist aber auch ungerecht, oder? Irgendwie. Okay. Das wäre mal ein nicht so nettes Empfangskomitee. Aber egal. Das geht vorüber. So, was haben wir hier denn eins? Hab ihn! Die mich attackieren. Vom Regen in die drauf, ey! Eine Schlägerei hier nach der nächsten kriege ich gerade vorgesetzt. Da merkt man aber, dass wir schon ein bisschen weiter vorangeschritten sind im Spiel. Und da da nicht so viel... Da das nicht so lang und so groß ist wie die anderen God of War Spiele... Ist ja klar, dass es Schlag auf Schlag kommt. Alles kaputt. Ach, das ist ein Klotz, den ich bewegen soll. Ich werde jetzt mal überhaupt gucken, wo ich hier hin soll. Das sieht mir nämlich auch schon wieder in einem Rätselraum aus. Und ich soll vermutlich irgendwie darüber gelangen. Okay. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Stück poröse Mauer... ...gewesen. Ah, fuck, ey! Jetzt, jetzt ist aber gut. Nein! Was ist der letzte Kontrollpunkt? Ähm... Okay. Nachdem ich, äh, die hier besiegt habe. Scheiße! Warte mal, kann ich hier hoch? Ist da auch noch was? Nee. Ich wollte mich jetzt mal umschauen. Aber hier ist scheinbar nichts mehr. Dieses Mistvieh. Jetzt kommt wieder die Harpien-Attacke. Aber ich hatte mir gedacht, ich gehe jetzt gleich hier hinter und kümmere mich um die. Oh, komm schon, ey! Was ist denn das? Da hat die es noch geschafft, mich doch noch eins... Ähm... Eins auf den... Ja, zu versteinern. Zieht's hoch. Ich springe nicht mehr hoch. Wenn ich... Komm schon, komm schon, komm schon! Ach, Mann! Okay, ich kümmere mich jetzt erst um die Harpin. Irgendwie reagieren die PSP-Teile nicht so sehr auf den Input der beiden oberen Schultertasten. Keine Ahnung warum. Ja, als ob du... Als ob ich dich nicht bemerkt hätte, gell? Guck mal! Noch jemand da? Gerade will keiner stressen. Okay. Ich gehe jetzt gleich wieder... zu dem... dem Miststück hin. Krathos kann doch nicht mehr über so kleine Trümmer springen. Was ist denn das? Na komm schon, jetzt mache ich es aber fertig. Na also, warum nicht gleich so? So. Batsch, batsch, batsch. Und ab mit diesem Kopf. Noch jemand da? Ne, das war's. Keiner will mehr mit mir spielen. Ja! Go, guten Auge, vervollständigt! Damit muss ich mir jetzt erstmal keine Gedanken mehr machen, dass ich da bei der nächsten Ruhe grüne Ops mir holen sollte. Denn jetzt werde ich auch um... Oh, ich hab meine Energie schon auf Maximum. Auge um Auge. Geil, das hab ich nämlich gelesen. Das ist die Trophäe, die man bekommt, wenn man die alle auf Maximum hat. So, jetzt ist mal die Frage. Soll wahrscheinlich da hoch irgendwie, gell? Ja. Hab ich's mir gedacht. Ach, ist nur ne grüne? Ich dachte, das wär auch so ne Wechseltruhe. Naja. Man kann nicht alles haben, wa? Ah, wir gehen hinter diesem blutigen Wasserfall vom Stix vorbei. Beziehungsweise hangeln uns da vorbei. Dann rutschen wir da drüber runter. Da unten warten sie schon wieder auf mich. So, ihr fliegt erstmal ein bisschen mit mir. Verdammt mich. Au. Okay, mal ganz kurz investieren hier. Nein, wir haben's nämlich gleich. Au, 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 au. Sag mal. Probleme habt ihr aber schon, oder Jungs? Was soll das irgendwie kaputt machen, ne? Was das jetzt gebracht hat, würde ich zwar gern wissen, aber... Soll mir recht sein. So, Moment. Ha, ich kann sie vervollständigen. Yes, 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 yes. Tartarus Rage. So, das ist auf Maximum. Was upgraden wir als nächstes? Warum eigentlich nicht? Was haben wir noch? Sonnenstil in morgen Röte. Ich upgradee... den Elf geht. Tartarus Rage. Oh nein, warte, Tartarus Rage. Ah, das ist die langsamste Attacke, aber auch die effektivste. Aber jetzt wollen wir nochmal zwischen sprechen kurz, weil irgendwie merke ich gerade, dass meine Festplätze...